Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer kleinen Special Episode von FIFA 15 Ultimate Team. Es ist mal wieder so weit, ich schreibe Abitur, was heißt, es ist mal wieder so weit, es ist immer noch so weit. Und ich habe ja angekündigt, es werden Spiele gegen andere YouTuber kommen und der erste, der heute hier mit dabei ist, ist der Gaps. Tja, hallo, wir haben schon ewig, glaube ich, nicht mehr zusammen aufgenommen, kann das sein? Wir haben wirklich ewig nicht mehr zusammen aufgenommen. Es ist jetzt nicht das erste Video, ich glaube, es kam Mittwoch schon eins, wenn ich mich ganz recht entsinne. Aber das hier wird auf jeden Fall jetzt eine harte Partie. Ihr werdet Highlight sehen und das erste Highlight kommt jetzt nach diesem Angriff bereits. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen, Gaps. Ne, ne, ne. Was, wie ist es los mit mir? Doch, doch, pass auf, setzt zack und dann zack und dann ist er frei und dann lupft er und dann kommt Ronaldo. Ich habe dich umgebracht, einfach so aufgeschlitzt. Ach, das wäre auch zu schön gewesen jetzt für den Anfang. Lucky Punch. Hübt mich nicht. Gibt wahrscheinlich Gelb, je egal. Ja, muss Gelb. Ach, Verwarnung reicht. Wir sind ja zehn Minuten im Spiel, Schiri. Ich habe schon ne Gelbe. Ich habe schon ne Gelb. Du hast auch schon Geld? Ja, ich weiß aber nicht warum. What the fuck? Auf einmal hat er gesagt, kommt ne Gelb. So, probieren wir mal mit E-Fail. Oh, hab ich hochgenommen. Er kann nicht flanken. Ja, weil Kuli Bali dazwischen ist ohne Rücksicht auf Verlust. War kein schnellster Spieler aller Zeiten. War kein brutaler Spieler aller Zeiten, das ist Rot, Schiri. Wo wollte er denn hin? Aber egal. Oh nein. Abseits, 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 abseits. Zum Glück. Abseits, abseits, abseits. Oh Mann, oh, Freunde. Mal gucken. Der kommt auch noch an. Und der kommt auch an. Ich hab contained. Es hat ihn nicht gejuckt. Es hat ihn nicht gejuckt. Ich fass es nicht. Ich lieg gegen Gaps zurück. Ich glaub, die Aufnahme läuft nicht. Ich glaub. Ich glaub auch nicht. Eilig. 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 Ich hab eigentlich contained. Weißt, ich wollte extra, dass er mit nach hinten läuft, weil ich wusste, dass du das zurückziehen würdest und ich wusste, ob du mit dem Job machst oder so. Er macht das einfach nicht. Ist ja auch Junior. Hast du gedacht? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm, Ronaldo, Ronaldo. Oh Mann. Es will heute wieder nicht. Ich merk das schon. Komm, jetzt aber. Ich find's gut. Wieder auf Ronaldo. Der Hammer. So schön gespielt. Jetzt zweiter Pfosten, Ronaldo. Nicht erster Pfosten. Ey, weißt du, wenn Shaqiri schon Kopfballer kommt? Oh mein Gott, da muss echt schon weit gekommen sein. Ja, ist nämlich zu 1,20 groß. Gefühlt. Ich kann mit Dreierkette spielen. Oh mein Gott. Und genau deswegen kann ich mit Dreierkette spielen. Genau deswegen. So unverdient, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Die Dreierkette ist dieses Jahr echt scheiße. 2013 Dreierkette, beste italienische Liga. Ja, 3,5,2. Mit hier Linie und nach vorne. Fuck. Nice. Das Sieg aller Zeiten. Und wir haben viele Spiele gemacht. Ja, wir haben wirklich viele Spiele. Komm, Ronaldo. Endlich, endlich, endlich. Da ist er. Hallo, lass mich durch, du Fynn. So ein Sackgesicht. Da muss der Frasch aus dem Halbfeld kommen. Da muss der Kopfball von Ronaldo kommen. Aber ich wüsste nicht, dass die noch wieder funktionieren. Ich auch nicht. Normalerweise funktionieren die auch mit Quechstreikers. Lauf. Contraver Lauf. Ronaldo, wo bist du? Zweiter Frasch. Ha, verarscht. Komm, Shaq. Jawohl, da ist der Ausgleich. So, 13 Minuten hat's gedauert in der zweiten Halbzeit. Und plötzlich steht es 2,2. Scheiße. Warum können die jetzt erst die Chance nutzen, dass es nicht in der ersten Halbzeit wäre viel entspannter gewesen. Nicht gut, du sweatige Sweatbitch. Wie ich's einfach wusste, ne? Ja, in dem Moment, dass du gesagt hast, dachte ich, ich könnte ja eigentlich passen. Also eigentlich wollte ich schießen, aber dann hast du mich auf passen gebracht. Ich glaub, jetzt von da geschossen wäre er sogar drin gewesen. Ich glaub so. Da steckt mir fast auch viel. Oh, tja. Nein. 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 Oh, ich hab. Hab ich dich gefickt. Wo hast du mich denn gefickt? Ich hab mich selber gefickt. Ja, sag ich doch. Guck mal hier. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Ey, und Courtois. Äh, Quatsch, Courtois. Wer hab ich überhaupt im Tor? Weiß ich gar nicht. Man weiß es nicht. Der kann nicht zu gut sein. Unikat im Tor? Nee, Quatsch. Juri hab ich im Tor. Ich kann jetzt mal nicht halten. El-Mann. Nein, 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 nein. Komm, Chris. Elfmeter. Hallo, ey. Hallo. Nee, 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 nee. Okay, alles klar. O-N-E-D-O-Bei. O-Bei. 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 Ich ließ das. Oh Gott, erler. Ich dachte, das wäre absurd. Ich entschwörlte, das ist absurd. Nein, nur klick. Und so. Ronaldo kriegt keinen Elthmeter, das geht nicht. Außer sie sind die ganz offensichtlichen. Das war auch so schlecht abgebrochen, dass der durchkommt. Das ist so traurig. Ich hab auch mal Glück. Oh, er kriegt den Bass nicht hin, Mann. Komm Cristiano, komm Cristiano, komm Cristiano, komm Cristiano, komm Cristiano. Ich hasse dich mit der ganzen Familie. Ah, da ist endlich die Führung. Ich wichse, ich wichse. Einmal Glück gehabt. Seitdem ich bekomme, spiele ich aber auch Courtois. Normalerweise meins gegen 1 echt gut. Kriegt er nicht, kriegt er auch Glück. Okay, er hat ihn getötet. Er hat ihn einfach komplett zerstört. Seine Karriere kann eigentlich beenden. Einfach, weil das war halt noch nicht für eine Grätsche. Das war einfach mit B. Ja ne, für mich nicht. Oh, was war das? Das war doch nie im Leben faul. Hallo? Schiedsrichter? Hallo, Spieler? Wollt ihr euch formieren oder sieht das nicht so aus? Ja doch. Langsam kommen sie zusammen. Ich hätte halt gern die normale Position so. Hä? Wie das aussah jetzt. So, wer kann denn hier schießen? Oh nein, Royce hast du ja auch von rechts. Nein. Ich darf den Spieler nicht auswählen, der auf die Linie soll. Oh Gott. Nein. Aber das war auch ein Freistoß, ne? Den es niemals hätte geben dürfen. Das war einfach kein Foul. Oh nein. Oh nein. Check Attack. Okay, Ronaldo. Freistoß. Den wollte ich haben. Du machst doch ein Tor. Den wollte ich haben. Ja, der ist zu mittig. Der weiß ich nicht mal, wie ich ihn schießen soll. Okay, so. Ja. Sag dir doch, der geht rein. Ja, aber Ronaldo, kannst du dir relativ sicher sein, dass er Freistoßtore kann? Hm. Ist ganz gut. Ist ganz gut. Ich muss dir mal kurz in der Wiederholung angucken, weil ich genau sehen, wie er wieder reingeflogen ist, ob er den hätte halten können. Ich glaube nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube so präzise. Ah. Ja. Oh, du bist halt auch sehr früh gesprungen, ne? Ja, ja. Aber war schon nahe zu perfekt. Ja, wärst du nicht so früh gesprungen, wären sie dran gekommen, glaube ich. Hm. Ja, kann sein. So, Freunde. Wir sind fertig. Das Spiel ist gewonnen. 5 zu 3 im Endeffekt. Herr Gaps hat aber wirklich gut gespielt, deswegen kriegt er sogar auch einen Rematch. Er kann sich nochmal beweisen quasi. Mhm. Ja. Gucken wir einfach, wie es diesmal ausgeht. Ich glaube, nochmal kann er mich aber nicht so gut halten wie heute. Also auf jeden Fall wird es immer mit dem Vierer-Kettenteam kommen. Mal sehen, wie es laufen wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Link in der Videobeschreibung zu Gaps. Schaut auf jeden Fall auch vorbei. Ich kann nicht mehr reden. Ist egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschau. Tschau.